recht herzlich willkommen zur 69 folge von city skylines ja wir sind drin im spiel und ja lassen wir mal laufen wir haben letzt mal der straße abgerissen das war hier oben und eigentlich wollte man haus abreißen haben dann die autobahn abgerissen und ja das war nicht so gut jetzt sehe ich gerade aber hier staut sich wieder kilometerweit weil hier eine kreuzung direkt nach der straße ist und wie diese straße ein die geht ob das alles so richtig ist ich weiß nicht da staut sich voll da hoch hier sind aufstaus ist wahrscheinlich wieder diese kreuzung die ihr das größte problem ist oder das wollte ich nicht das wollte ich auch nicht ich wollte eigentlich mit der kamera so schwingen kriege ich nicht hin z ist rein so ist es raus so ne kriege ich jetzt nicht hin das ist karte drehen das war es genau so wie sehr herr ist es so jetzt sehe ich das besser wird ein bisschen mehr also hier auf dieser kreuzung haben wir arge probleme linkserbieger und rechtserbieger wahrscheinlich vor allem linkserbieger staunen sich da bis dahin zurück super irgendwie müssen wir dort mal etwas tun aber was ist die frage hier ist total easy der regen hier rausfahren ist schlecht wir müssten hier definitiv ein kreuzverkehr hinbauen ob der uns weiter hilft ist die nächste frage kreuzungsfreie straße obwohl wie man sieht autobahn auf und abfahrt ist noch nicht so der bringer gibt es da noch was dieses hier wäre es das wäre das richtige klebert kreuzung das ist nämlich die die dann kein ding ins macht so viele probleme macht diese kreuzung da hinsetzen hier da geht es uns nix stellt sie mir gerade die frage dort ist besetzt besetzt geht die denn überhaupt hier irgendwo reinzusetzen würde nie gehen da wird es gehen so wie wäre das denn den da hinzusetzen jetzt mal erst mal eine genaue planung anfangen ja da ist es ja sowieso schon mal nicht erst mal sondern hier ist das problem hier will ich eine kreuzung in dieser form hinbauen wird das sinn machen man sieht hier auch so schlecht weil alles schon so smogig ist und so ne warte mal wenn wir das machen ne ne auch nicht wenn wir das machen dann sieht es besser aus so jetzt sieht man das alles was wir sehen wollten so zweispurig weiter ziehen die straße wäre möglich und hier auf und abfahrt bauen aber die straße müsste weiter gehen und hier ist dann schon wieder schwierig wegen warte mal da können wir auf jeden fall könnte man das verschieben aber das will er wahrscheinlich nicht machen weil dann keine straße daran ist war das nicht irgendwo verschieben möglich na voll kommen wir also erstmal entleeren gut gucken wir gerade alle Mülldeponien mal nach ne die ist leer die ist leer wir haben schon eine neue aufgabe erstmal gefunden den müll wieder neu zu organisieren voll er hat sich warte mal das war 99 prozent vollgebrüder lehrt sich ja passt klicken wir so an dann sehen wir die alle besser die haben wir gemacht hier oben ist auch noch was so das ist ja wohl wieder doof ne na 98 prozent voll also leeren na die läuft noch das ist die Müllverbindungsanlage ist fast fertig kein platz mehr leeren 28 prozent voll müssen wir erstmal nutzen wieder das waren die 5 oben ist was feuer technisch gerade gewesen gebäude leert sich gut und das andere läuft noch hier haben wir noch einen können wir auch leeren hier oben können wir aufheben die leerung haben wir den gerade gehabt leeren ok wird weniger ne den müssen wir noch machen der ist leer der kann jetzt wieder benutzt werden ja den benutzen wir schon wieder und den benutzen wir auch schon wieder und den umdrehen hier unten war noch eine da ist voll müssen wir also leeren die ist leer die kann wieder voll werden und die ist 9 prozent die kann also auch wieder laufen und die ist voll die muss geleert werden so dann haben wir hier welche die lassen wir noch laufen die wird gerade geleert reicht aber noch das müssen wir umstellen die kann wieder benutzt werden und die muss auch geleert werden hier sind zwei 49 prozent und 6 prozent voll lassen wir so hier oben gibt es noch welche muss geleert werden die kann aus kann wieder laufen die kann auch wieder laufen so hier oben brauchen wir noch eine Müllgeschichte glaube oder da habe ich überall gemacht hier oben war die schon ja die war schon so hier unten hapert es irgendwie noch an Müll da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht oder könnten da irgendwann Müllproblem haben nee haben sie nicht da ist eine Mülldeponie und da ist auch einer okay so läuft also gut Commerz ist gefragt und Wohnhäuser sind gefragt schicke Straße haben wir da schon hier wollen wir vorbei da können wir ein paar Häuser hier oben hin machen würde mich ja jetzt interessieren ob wir da eine Straße hochkriegen auf dem Bergrücken hoch würde ja auf jeden Fall gehen ne wird nicht gehen oder doch da Baukosten 13.000 komisch ne ob es da oben geht es hier geht es nicht Interessant aus dahin kann man hoch bauen guck da wird ein tunnel gemacht da unten noch ein tunnel gebastelt merkt man ja gleich am preis 18.000 das würde will man das machen das ist die frage kann man richtig teure wohnhäuser einbauen da wird ein tunnel gebohrt werden das will ich nicht da wird die straße ohne alles hin gehen ja super jetzt habe ich sie gebaut interessant oder die reißen wir noch mal ein stück ab die ist zu lang so und dann den baggern wieder weg so also alles zu steil jetzt nee da nicht sehe ich hier nichts da geht es so runter dann nee dann kriegt es mir da eigentlich auch nichts die straße hinzumachen hier wird hier noch was hier wird was gehen aber das geht ja so steil dann da runter nee kann man hier aber noch was machen oder da rastet sie rein nein da machen wir nichts mehr das lassen wir so das ist natürlich düster geworden ich sehe nichts aber wir machen erstmal ein baugebiet da hin alles baugebiet und ne da nicht da machen wir kein baugebiet hin dann machen wir mal ein kommerz hin und hier oben in den zeitungs kiosk so da noch da noch da noch und da noch passt lassen wir so wasser brauchen die natürlich wird jetzt schwierig mit berg auf fließen und so ne passt und strom wird wohl von alleine gleich kommen oder ne wird nicht ganz klappen hier fehlt es darüber das heißt wir müssen obwohl wenn da was hinkommt ist das denn schon da ist dann könnte es klappen mit dem strom allerdings wir könnten natürlich hier bestimmt super genau so ist es windkraftanlagen hinbauen ich nehme mal eine rein und schon ist die verbindung da alles gut oder alles gut oder so wasser strom alles kein problem ok ok so alle glücklich und zufrieden hier auf dem berg hier oben fehlt es wasser ne geht noch oder haben wir gesamtwasser mangel nein haben wir nicht ok damit sind wir da ein stück weiter hier ist es natürlich super jetzt mit dem stau der von da an schon anfängt nach da woran liegt es dass diese straße im endeffekt nicht hier irgendwie abbiegt was haben die auch so und das ist das industriegebiet und die brauchen wir da netterweise mitarbeiter die nicht da sind ja das war einer falsch aber der muss jetzt damit leben die brauchen noch mehr leute zum wohnen aber da oben auf dem berg der die haben auch keine schule und so oder da fehlen bestimmt wieder solche arbeiter in der hinsicht aber hier ist ein müllproblem da haben wir schon extra die straße da sein gelassen das ist eine vier spure oder sechs spure vier spure mit grünen streifen in der mitte machen wir mal so rein und das müllproblem lösen wir gleich sofort indem wir hier zwei hinbauen zwei hinbauen auch was war sogar noch da wahrscheinlich und strom auch wunderbar passt gut ja dann wollen wir hoffen dass das müllproblem sich da mit der zeit löst hier könnte haben wir da schon ne haben wir nicht da können wir noch mehr industrie dann anheimsen ja und die ist auch gerade gefragt ne geben wir denen nochmal die möglichkeit ich weiß gar nicht warum das hier im hinterhof so ist und vorne so so passt's oder ja die werden da nicht begeistert sein aber da müssen jetzt mit leben industrie freut sich alles gut wir machen das auch noch fertig dann passt es erst gut industrie flächen haben wir gebildet hier unten geht es noch irgendwie weiter dann lasse ich mal zwei felder frei wegen straße und so und ja jetzt ist das ja auch passend kommerz sind nur flächen frei komm da können wir eigentlich hier so eine ganze einkaufszeit machen passt schon oder hier nehmen wir die nächste kreuzung auch noch mit das dann nicht hier noch eins mehr da noch eins mehr und dann geht das schon oder okay dann würde ich aber sagen soll es für die folge erstmal wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich für zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss